Charles-Pierre François Augereau, 12. Juni 1816 in La Houssillon-Brie, Debt. Seine Emane, Herzog von Castiglione, war ein Revolutions-General und Marschall von Frankreich. Biografie Als Sohn eines Obsthändlers in der Pariser Vorstadt St. Marcheau geboren, trat Augereau 1774 als Karabinier in das Regiment Royal Bourgogne-Kavallerie ein. Desertierte jedoch bereits 1775 und diente in mehreren ausländischen Heeren, zuletzt in Neapel, wo er sich seit 1787 als Fechtmeister seinen Unterhalt verdiente. Als 1792 alle Franzosen Neapel verlassen mussten, trat Augereau als einer der ersten Freiwilligen in die französische Revolutionsarmee und wurde schon 1793 General die Division des Heeres in den Ostpürenen, wo er über die Spanier 1794 und 1795 mehrere leichte Siege erfrocht. Trotz mangelnder Erziehung besaß er das rastlose Streben vorwärts zu kommen und gleichzeitig große Kühnheit. Diese zeigte er insbesondere 1796 als Gorbefehlshaber der italienischen Armee in der Schlacht bei Melissimo und in der Schlacht bei Lodi. Von Napoleon Bonaparte in den Kirchenstaat geschickt nahm er Bologna, unterdrückte einen Aufstand in der Romagna und nötigte den Papst zum Frieden. Darauf zur Hauptarmee zurückgerufen, schlug er am 5. August da Gobert Sigmund von Wurmser bei der Schlacht bei Castiglione, dann mit Andremassner am 6. November Alvinzi bei Carmignano. Auch trug er wesentlich zum Sieg bei Ackhol bei und besiegte Giovanni Provera vor den Toren Mantaus. Im August 1797 kehrte er, nachdem er sich durch Erpressung bereichert hatte, nach Paris zurück, wo er zum Befehlshaber der Pariser Militärdivision ernannt wurde und den Staatsstreich des 18. Fructidor V. mit brutaler Gewalt durchführte. Doch wurde er gegen seine Erwartung nicht in das Direktorium gewählt. Als Nachfolger des kurz zuvor verstorbenen Generals Horsche wurde er im Oktober 1797 Oberkommandierender General der Rhein-Mosel-Armee und der Sambremmas-Armee und Chef der Zivilverwaltung für die besetzten linksrheinischen Länder. Das Direktorium beauftragte ihn, die Eingliederung dieses Gebietes in das französische Staatsgebiet voranzutreiben. Auge roh und de plus brillant par Venus de la Revolution, bon tactischen, batailleur intrepide. Meistete, käuze avec un panache de tambour-major, war mit dieser Aufgabe überfordert. Napoleon Bonaparte, der ihn als draufgängerischen Soldaten schätzte, hatte bereits vorher seine Beförderung zum Chef einer großen Armee und Zivilverwaltung als grobe Fehlentscheidung der politischen Führung in Paris. Kritisiert, eifersüchtig auf Napoleons Erfolge, soll er den Frieden von Campo Formio hintertrieben und zusammen mit deutschen Jacobinern geplant haben, den Rastatterkongress zu sprengen und eine Revolte zur Bildung einer südwestdeutschen, eigenständigen Republik, für die er als Gründer anzusehen sei, anzuzetteln. Auge roh wurde daraufhin am 29. Januar 1798 abberufen und nach Perpignan versetzt, was einer Degradierung gleichkam. In eitler Überheblichkeit strebte er selbst nach der höchsten Gewalt in Frankreich und ließ sich deshalb 1799 zum Mitglied der 500 in Paris wählen. Doch hatte er weder das Geschick noch den Mut, um seine Pläne ins Werk zu setzen, und unterwarf sich seinem Nebenbuhler Bonaparte nach dem 18. Brumaire. Zum Oberbefehlshaber in Holland ernannt, führte er das französisch-batawische Chor am Mittelrhein. Um Jean-Victor Morros Operationen in Süddeutschland zu unterstützen, rückte über Frankfurt nach Würzburg und lieferte dem Feind mehrere Gefechte, die aber keinen Ausschlag gaben. Nach dem Lunefiller Frieden lebte er auf einem Landgut bei Mellon, bis er 1803 den Oberbefehl über die gegen Portugal bestimmte Armee erhielt. Da diese Armee aber nicht ausrügte, blieb er in Paris. Wurde 1804 zum Marischal d'Empire ernannt und 1805 mit dem Ehrentitel Herzog von Castiglione ausgezeichnet. Im Krieg mit Österreich 1805 drang er an der Spitze eines Armeekorps in Vorarlberg ein, wo er Franz Jelicic bei Dornbirn zur Kapitulation zwang. Beim Feldzug von 1806 gegen das Königreich Preußen wirkte er am 14. Oktober als Befehlshaber des linken Flügels am Sieg bei Jena mit. Ihm unterstand dort das 17.100 Mann starke Sieben-Chor. Am 7. Februar 1807 drang er bei Eilau mit großer Tapferkeit vor, verirrte sich jedoch mit seiner Truppe, so dass bei einem Angriff der Russen sein Chor fast ganz aufgerieben und er selbst verwundet wurde. Der Kaiser schickte ihn darauf auf einen längeren Genesungsurlaub nach Frankreich. Im Juni 1809 erhielt er vom Kaiser anstatt Gouvion St. C. E. den Oberbefehl in Katalonien, trat die Stelle wegen eines Gichtleidens, das er in Perpignan kurierte, erst im Herbst an. Nach dem Fall von Geronne erreichte er jedoch keine weiteren Erfolge. Napoleon berief ihn darauf aus Spanien ab und ersetzte ihn am 24. April 1810 durch Marschall Jacques MacDonald. Im Feldzug gegen Russland von 1812 erhielt er das Kommando des Xi Armeekors, welches in Berlin gebildet wurde. Im Spätsommer 1813 sammelte er als Generalgouverneur von Frankfurt und Würzburg eine Reservearmee, welche Napoleons Hauptarmee in Leipzig verstärkte. In der Völkerschlacht bei Leipzig zeichneten sich seine Truppen durch große Standhaftigkeit und Ausdauer aus. Nach dem Einmarsch der Alliierten in Frankreich im Frühjahr 1814 bildete Augerot zu Lyon eine Armee, knüpfte aber schon im März, als er Napoleons Sturz voraussah, mit dem österreichischen General Bobner und Littitz Unterhandlungen an. Die einundzwanzigste März zur Kapitulation von Lyon führten, Augerot entließ seine Truppen mit folgendem Tagesbefehl, Soldaten. Ihr seid von eurem Eide entbunden, sei es durch die Abdankung eines Mannes, welcher, nachdem er seinem grausamen Ehrgeiz Tausende und Abertausende zum Opfer gebracht, nicht einmal als Soldat zu sterben gewusst hat. Lasst uns Ludwig XVIII. Treue schwören, lasst uns die echte Nationalfarbe aufstecken. Augerot wirkte dadurch mit zur ersten Abdankung des Kaisers, den er mit den schroffsten Ausdrücken belegte. Er wurde dafür vom König zum Mitglied des Kriegsrats, zum Ritter des heiligen Ludwig und zum Pär von Frankreich ernannt. Im März 1815 erhielt er den Oberbefehl über die 14 E-Division, die Infanterie in 10. Obgleich von Napoleon nach seiner Rückkehr von Elba als Verräter bezeichnet, huldigte Augerot dem Kaiser in einem Aufruf an die 14. Division. Gewann jedoch Napoleons Vertrauen nicht wieder, das er allerdings nie in Holmgrad besessen hatte. Nach der zweiten Restauration trat Augerot wieder in die Pestkammer ein, aus der Napoleon ihn ausgeschlossen hatte, und wurde Mitglied des Kriegsgerichts, das den Marschall Michelin aburteilen sollte, sich jedoch für nicht zuständig erklärte. Darauf zog sich Charles-Pierre-François Augerot auf sein Landgut La Husse zurück, wo er am 12. Juni 1816 starb. Augerot erhält in der Militärliteratur und Biografien des 19. Jahrhunderts wenig positive Beurteilungen. Ein eitler, ehrgieriger, aber plumper und völlig ungebildeter Condortiere. Berüchtigt war seine Rough Gear, die er in den eroberten Ländern anstands- und würdelos ausübte. Napoleon I. soll ihn vermutlich oft nur aus sentimentalem Andenken an bravouröse Kampfeinsätze während der Italienfeldzügen 1796-97. eingesetzt haben. Nach der Winterschlacht bei Eilau 1807 erhielt er von Napoleon keine wichtigen Verantwortungen mehr. Ehrungen Sein Name ist am Triumphbogen in Paris in der 23. Spalte eingetragen. Sonstiges